Leute, auf jeden Fall, wir haben Justin getroffen. Hier, hier, warte, also ich erzähle dir jetzt schon mal, was da war. Der Typ hier, der kommt zu mir, ich will zu meinem Auto gehen, kommt von irgendwo hinten, Nespresso da, hier so dahin, stehen da so vier Jugendliche und der kommt zu mir. Meint der so, yo, Justin, können wir einen Pick machen? Ich so, ja klar, natürlich, kein Problem. Der stellt sich neben mich, so, Moment, ich zeige euch mal, wie das Ganze war. So, er macht so, sagt so, yo, können wir einen Pick machen? Ich so, ja klar, macht er so. Yo, guck mal, wir haben hier gerade Justin getroffen. Ich stehe da nur so, dachte mir so, what the fuck, ich dachte, er macht ein Foto, auf einer macht auf einmal ein Video, so. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass er auf einmal ein Video macht, deswegen, ich stand einfach still, hab gewartet, bis der auslöst, so. Und dann, ähm, redet, fängt er einfach an zu reden, ich dachte, what the fuck? Achso, warte, Moment. Leute, auf jeden Fall, wir haben Justin getroffen. Und ich dann nur so genickt, weil, was soll ich denn in einem Video sagen, so, yo, auf jeden Fall, wir haben Justin getroffen, mega krass. Ich so, ja, was geht? Ich war so komplett so entsetzt, weil ich hab da gar nicht mit gerechnet. Also, ich fand's jetzt nicht schlimm, aber ich war halt nicht darauf vorbereitet. Leute, auf jeden Fall, wir haben Justin getroffen. Krass. Keep some.